So nutzen sie die Macht des Schreibens. Wer schreibt, der bleibt. Die Richtigkeit dieses Sprichwortes kann ich in der Zwischenzeit nur bestätigen. Besonders, wenn ich meine eigene Vergangenheit betrachte. Ich ging in die Volksschule, was heute der Hauptschule entspricht. 16 Zeugnisse sind mir da insgesamt in die Hand gedrückt worden. Und meistens schlingerte meine Beurteilung in Rechtschreibung zwischen der Note 4 ausreichend und zwischendurch auch immer mal der Note 5, mangelhaft. Jedes Mal, wenn wir in der Volksschule Texte schreiben mussten, also Diktate, war das für mich der reinste Horror. Dasselbe Bild auf der Berufsschule. Wäre meine Fähigkeit, Texte zu schreiben zu können, ein Bundesliga-Club gewesen, hätte ich gewissermaßen ständig gegen den Abstieg gekämpft. Wie aber ist so ein totaler Schreibstift-Allergiker, wie ich dann auf den Trichter gekommen, ausgerechnet Texte schreiben zu wollen? Nun, dieses Interessen habe ich mit 30 Jahren entwickelt. Ich habe damals einen guten, sehr weisen Freund, den ich meine persönliche Lebensuniversität nannte. Er schickte mir immer sogenannte Dreizeiler. Das waren Briefe mit drei Zeilen auf ganz edlem Papier mit ganz tollem Layout. Nachdem mich die ersten dieser Briefe regelrecht überwältigt hatten, wollte ich ebenfalls mit so einem Schreibsystem glänzen. Ich, dem die Lehrer das Mal eines Legasthenikers auf die Stirn gebrannt hatten, fing tatsächlich an, Briefe zu verfassen. Und Sie werden es nicht glauben, liebe Leser, mein Schreibstift wurde zum Zauberstab. Denn auf einmal merkte ich, dass ich viele meiner Probleme und Herausforderungen magisch schnell vom Tisch bekam. Einfach über eleganten, kurzweiligen Schriftverkehr mit Edelpapier und voluminanter Gestaltung. Schon nach der ersten Woche begriff ich, über welch gewaltige Macht ich plötzlich verfügte, wenn ich meine Angelegenheiten per Schriftverkehr abwickelte. Im Grunde genommen konnte ich meine Probleme nicht schneller lösen, als übers Texte schreiben. Und so habe ich meine Schreibweise immer mehr verfeinert und verbessert. So sind mir auch die Augen aufgegangen, wie ich die deutsche Rechtschreibung immer besser beherrschen konnte. Richtig ertragreich wurde bei mir die sogenannte Macht des Schreibens, als ich anfing, Bücher zu schreiben und die dazugehörige Werbung gleich dazu. Von da an klingelte meine Kasse richtig. Und viele meiner Schulden und Verbindlichkeiten, und das war ein großer Batzen, konnte ich über diesen Weg mit meinen neu erworbenen schriftstellerischen Fähigkeiten aus der Welt schaffen. Wie auch Sie zu einer eleganten Schreiberin oder einem ausgefeilten Schreiber fürs magische Texte schreiben werden können, das habe ich in meinem Buch »Federleicht lebendig schreiben« für Sie beschrieben. Sie können mir diese Kunst ganz einfach nachmachen. Sie werden mit diesen Techniken innerhalb kürzester Zeit in der Lage sein, ganz effektiven Schriftverkehr zu führen. Indem Sie federleicht lebendige Texte schreiben, werden Sie Ihre Probleme und Herausforderungen lösen, mit anziehender Werbung, Kunden gewinnen und mit diesem Wissen werden Sie schnell eine gute Autorin oder erfolgreicher Schriftsteller. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie unter der Vorgabe des berühmten Schriftstellers Josef Pulitzer Texte schreiben werden. Was immer du schreibst, schreibe es kurz und Sie werden es lesen. Schreibe klar und Sie werden es verstehen. Schreibe bildhaft und Sie werden es im Gedächtnis behalten. Und wie Sie das zu Wege bringen, finden Sie in meinem Schreibratgeber »Federleicht lebendig« schreiben. Nutzen Sie die Macht des Schreibens und Sie werden durch Ihr bildhaftes Schreiben in vielen Bereichen und bei zahlreichen Angelegenheiten und Problemen schnell zu einer Lösung kommen. Schließlich erkennt der Empfänger des Schriftstückes genau, was er zu tun hat. Und wenn Sie wollen, werden Sie mit dem Texteschreiben noch eine Stange Geld verdienen können. Warten Sie nicht, schreiben Sie sich endlich zur Tat. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Der Link bei YouTube unter diesem Video ist der schnellste Weg dorthin. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.